...deutig beherrscht und damit verdient gewonnen. Das war heute eine überragende Vorstellung von Dien. Eine unglaubliche Leistung. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi im Alleingang gewonnen. Kopfball. Jetzt. Und er macht. Eder. Stark gemacht. Das könnte es werden. Er verlust. Den Spiele gut geht er rein.